Hallo, mein Name ist Alexandra. Ich bin gebütige Deutsche, wohne aber schon viele Jahre in den Niederlanden. Ich spreche dir schon heute die Gute Niederlande. Viele meiner Tätigkeiten im schauspielerischen Bereich haben einen hohen Entertainment-Wert. Ob im Theater, als Märchenfigur oder als Act bei einem Event. Für mich ist das Erlebnis der Besucher das Wichtigste. Auch bei Aufträgen mit viel Inhalt und Informationen finde ich es wichtig, dass den Zuschauern ein bestimmtes Gefühl vermittelt wird. Was möchten Sie, dass der Besucher Ihrer Website im Nachhinein denkt, fühlt oder in Angriff nimmt? Und welche Art Video passt dazu am besten? Ich helfe Ihnen gerne, die richtige Online-Atmosphäre für Ihre Firma oder Ihr Produkt zu kreieren. Bis bald!